Da freuen sich alle anderen Urgroßväter und Mütter. Rockidol Mick Jagger ist wieder fit genug, um die No-Filter-Tour der Rolling Stones in Nordamerika fortzusetzen. Nächste Station Chicago am 21. und 25. Juni. Die Tour war im April unterbrochen worden, weil Mick Jagger sich einer Herzoperation unterziehen musste. Solche Patienten müssen sich bis zu acht Wochen erholen, so die American Heart Association. Jagger machte das im Tanzstudio.